Herzlich willkommen zu unserem Video zum Tollpudel. Tollpudel sind kleine, süße Hunde, die für ihre Intelligenz und Schönheit bekannt sind. Sie haben eine lange Geschichte als Begleithunde und sind auch als Kleiderpudel bekannt, da sie oft in modischen Outfits und Frisuren gesehen werden. Tollpudel sind bekannt für ihre Loyalität und Anhänglichkeit und sind eine großartige Wahl für Menschen, die einen kleinen, aber kompakten und energiegeladenen Hund suchen. In diesem Blogbeitrag werden wir die Eigenschaften von Tollpudeln und ihre Bedürfnisse genauer betrachten, um ihnen ein besseres Verständnis für diese bezaubernden Hunde zu vermitteln. Tollpudel sind beliebte kleine Hunde, die als treue Begleiter bekannt sind. Sie sind auch als Kleiderpudel bekannt, da sie oft in modischen Outfits und Frisuren gesehen werden. Wenn sie einen Tollpudel kaufen möchten, stellt sich die Frage. Wie viel kostet ein Tollpudel? Die Kosten für einen Tollpudel hängen von vielen Faktoren ab, wie ZB. Züchter. Die Kosten können von Züchter zu Züchter unterschiedlich sein, je nach Ruf, Erfahrung und Reputation. Geschlecht. Rüden sind oft teurer als Hündinnen. Farbe. Tollpudel gibt es in einer Vielzahl von Farben, manche Farben sind seltener und teurer als andere. Alter. Welpen sind teurer als erwachsene Hunde. Im Durchschnitt kostet ein Tollpudel zwischen 800 und 2000 Euro. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass ein hochwertiger Züchter in der Regel höhere Preise verlangt, um sicherzustellen, dass die Hunde gesund und gut gepflegt sind. Tipps zu dieser Hunderasse Vergleichen Sie die Preise mehrerer Züchter, um den besten Preis zu erhalten. Überprüfen Sie die Referenzen des Züchters, um sicherzustellen, dass er einen guten Ruf hat. Überprüfen Sie die Gesundheit des Welpen und stellen Sie sicher, dass er von einem Tierarzt überprüft wurde. Was ist der Unterschied zwischen Tollpudel und Zwergpudel? Tollpudel und Zwergpudel sind beide kleine Pudelrassen, aber es gibt einige wichtige Unterschiede zwischen den beiden. Tollpudel sind kleiner als Zwergpudel, mit einer durchschnittlichen Größe von 20 bis 28 cm bei einem Gewicht von 2 bis 4 kg. Zwergpudel hingegen haben eine Größe von 28 bis 35 cm und wiegen zwischen 4 und 6 kg. Tollpudel haben auch ein längeres Fell als Zwergpudel und benötigen daher regelmäßiges Bürsten und Trimmen, um ihr Aussehen zu erhalten. Zwergpudel haben kürzeres Fell und benötigen daher weniger Pflege. Rassespezifische Erkrankungen bei Tollpudeln Bei kleinen Pudelrassen wie dem Zwerg- und Tollpudel kann eine genetisch bedingte Augenerkrankung namens Progressive Retinatrophy auftreten, die letztendlich zur Blindheit führen kann. Dank Gentests ist es möglich, die Träger dieser Krankheit zu identifizieren, bevor sie für die Zucht verwendet werden. Eine weitere Augenerkrankung, die bei diesen Pudelrassen vorkommen kann, ist die Katarakt, grauer Star. Außerdem kann es bei Zwerg- und Tollpudeln zu einer erblich bedingten Verlagerung der Kniescheibe, Patellaluxation, kommen, was oft durch Hinken erkennbar ist. Daher ist es wichtig, vor der Zuchtverwendung klinische Untersuchungen durchzuführen. Zudem treten bei diesen Pudelrassen angeborene Harnleiter-Ektopien häufiger auf als bei anderen Rassen.